Ist die Falltür offen? Ne. Feinde gesichtet. Er hat geschossen. Abo. Flick scannen. Zwei Leute. Beide tot. He is downed next to me. He is downed next to me. Revive me. Der ist unten. Ich habe ihn unten fast erledigt. Aber halten wir fast. Achtung. Nitro. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Behalter sichern. Für noch ein Gegner übrig. Mit Sicherung gespellt. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Okay, go on up the stairs. Hier ist ein Feind in großer Haus. Nice. Ein gut. Geisel, f*** your mother. Ja. Richtung Osten. Ne, nicht runter. Fünf Sekunden. Rettungsversuch kann beginnen. Geisel finden und sichern. Oh nein. Bitte nicht. Ich habe ihn. Injured, Rook. Protect me. Die Drohung ist aktiviert. Komm, Ace. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ace. Oh, ja. Hier ist... Oh, ja. Das war ein Ace. Haha. Oh, meine Reaktion muss nicht gut. Halt, he. Halt, he. Oh, wunderschöner Kill. Da könntest du mal aufspringen Au Okay, da ist Jäger Wir brauchen einen Thatcher Und unser Thatcher ist tot Moment, Moment, Moment Warte mal, warte, warte Ich hab ne Drohne Ne, warte, warte Warte Ich, ich, ich mach das mit der Drohne kaputt Versuch's nochmal, Philipp Versuch's nochmal Ich hab meine Drohne, hat's zerstört Versuch's nochmal Ne, mach nochmal auf Ja, genau Fuse, get off there Oh, nein Vom Fenster, Fenster anderer Seite Got him Ja, ja, das, das, die haben uns geflankt Von der anderen Seite Gotter Jäger LED, das Raum ist clear upstairs The left one or right one Ah, hold on Your right room LED is clear Matrix The ejected room is clear, you say Yeah, yeah, this room is clear Now it's clear Okay, I'll see you Right, yeah, yeah Okay, yeah Okay, yeah My name is clear I'll see you Echt nicht aufrecht, ich kann nicht mehr damit. Ja, mal beprennt das noch mal. Du, das war's da. Der Mianntag. Ich starte ein neues Magazin! Vorsicht, Vorsicht! Geh nicht ins Fenster! Opsa! Mist! Hier ist ein Window! Dermat! Blitz und Dermat in! Nice! Nice! Nice Job! Ohohoho, that lucky headshot! Reinforce the door! What the fuck? Don't mark them! Oh, the flank! That flank! Give me the ace! Give me the ace! Ace! Jawoll, Alter! Uh! Achtung! Gehen die wahrscheinlich wieder von außen rein, oder? Ja, natürlich! Weil hier nichts... Oh mein Gott! Markier mal mit T, oder wie die Taste ist, wo die hängen bitte! Mit dem gelben Pfeil! Achtung! Oh! Ja, ja, ich seh sie! Ich seh sie! Lass sie da stehen, ich hab Kamera auf sie! Perfekter flank! Perfekter flank! jawohl der triple kill halleluja ich kann dich unterstützen warte mal ich guck mal in den kameras der ist oben gewesen oder hast du kapitel schon getötet die treppe runter kommt kapitel ist schon tot er kommt hier ist hier treppe treppe und gerade runter ist es scheißegal wenn er wenn er die kamera er guckt nicht mal auf die kamera aber das hätte ja auch so gesehen ich meine bis oben angezeigt ja trotzdem er muss ja auch konzentrieren glas ist immer noch oben treppe weil er nicht rausgegangen ist auf der kamera er hat eine minute zeit also also zeit hat eine meine freunde das war jetzt kann ich langsamer wieder rein also die verteidiger kann das nicht eck aus drohne abrufen ja genau und gegner markieren kann man mit dem ding auch nicht ohne kann nicht markieren nein im restaurant sind da ist jemand da ist ähm views glaube ich ich meine ich erkannt zu haben ja ich höre doch einen da auf der treppe ist sledge ja 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 den habe ich ok views ist unten ja mit sledge und der ist tot ja habe ich habe ich vorher markiert gehabt ha 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 der jäger hat mir gerade den arsch gerettet ok schon wieder hingeguckt die schießt sich im lach lucky headshot das war ein glücklicher headshot zwei leute auf der treppe super danke und noch einer ist frost ist frost glaube ich ok das kann ich frosten videos habe ich ey du hilfst mir gerade richtig danke jetzt geht die scheiß sirene an ich schau mal nach dem das war das ist meine freunde das war das ist dankeschön bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017